Digitales Museum – die besondere Arbeit auf dem Prüfstand Wie werden unsere Museen von den Besuchern angenommen? Wie werden Kinder und Jugendliche einbezogen? Wie kann aus verstaubter Geschichte etwas Interessantes werden? Der technische Fortschritt und die Digitalisierung machen es möglich. Vor Jahren stand noch das reale Ausstellungsobjekt im Mittelpunkt. Heute möchte der Besucher mehr darüber wissen, den Gegenstand größer und genauer betrachten und Vergleiche ziehen, die Funktion erklärt haben. Eine spezielle Führung, wie sie noch in einigen Heimatmuseen erfolgt, kann aufgrund von Personalmangel in größeren Einrichtungen meist nur bei angemeldeten Gruppen vorgehalten werden. Museumspädagogen gestalten solch einen Besuch auch für Kinder möglichst abwechslungsreich und verbinden ihn mit Tätigkeiten wie Basteln, Schatzsuchen, Malen und so weiter. Im landwirtschaftlichen und handwerklichen Bereich werden auch alte Geräte wieder zum Einsatz gebracht, um die Anschaulichkeit zu verbessern. Es geht aber auch um den individuellen Besuch und da sollen Erwachsene und Kinder gleichermaßen angesprochen werden. Von Vitrinen, in denen Gegenstände liegen und von Modellen, die nur vom Weiten zu betrachten sind, werden nur noch wenige Besucher angesprochen. Besser sind da die interaktiven Möglichkeiten, die bei entsprechender Handhabung auch ein Erfolgserlebnis versprechen. Filme sind eine weitere Möglichkeit, den Besucher ins Geschehen einzubeziehen. Noch besser ist es, seine unterschiedlichen Sinne anzusprechen. Ein digitales Museum wird oft als ein Computer- beziehungsweise multimedial unterstütztes Museum beschrieben. Dazu gehört aber auch die Webpräsenz. Das Zeigen von Bildern reicht da nicht aus. Die Besucher müssen umfassende Informationen bekommen und je nach Bedarf auch den einen oder anderen Link erhalten. Die Erweiterung des physischen Museums mit virtuellen Verknüpfungen ist natürlich auch eine finanzielle Herausforderung. Wie soll ein Museum der Zukunft aussehen? Ja, jedenfalls so interessant, dass die Leute hinfahren und sich im Museum umschauen, was das Museum zu bieten hat. Die spannende Frage ist, wie das Museum auf seinen Bestand aufmerksam macht. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Strategien. Und eine Strategie ist natürlich die Frage der Digitalisierung, über die wir heute mal reden können. Ich denke mir, es muss in diese Richtung gehen, dass die jüngeren Musealenbesucher, sprich Familien mit Kindern abgeholt werden und dass wir Museum auch mit Anfassen machen, mit Mitmachen machen und das Museum wahrscheinlicherweise nicht mehr so starr in Vitrine funktionieren darf. Das Museum der Zukunft ist in meinen Augen prinzipiell erstmal ein digitales Museum, ein Ankerpunkt. Die Spinne im Netz, die sozusagen partizipative Möglichkeiten bildet, bereitet Bevölkerungsschichten um sich herum scharrt, identifikationsstiftend wirkt, also auch seine Wurzeln nicht verliert prinzipiell. Also das wäre der große allgemeine Rahmen, den ich spannen würde. Stark, erfolgreich und analog. Es wird wahrscheinlich sehr viel Digitalisierung nutzen, Virtualität, also virtuelle Realität, Augmented Realität, erweiterte Realität auf Deutsch. Und es wird sozusagen möglich sein, wahrscheinlich sehr viel auch interaktiv zu nutzen, es auch verteilt besuchen zu können, nicht immer an einem Ort sein zu müssen, um die Exponate zu sehen. Ich glaube, dass es eine sehr viel höhere Interdisziplinarität geben wird. Das heißt, der klassische Beruf eines Kurators wird sich im Wesentlichen verändern, hin zu einem mehr managementbasierten System, wo man verschiedene Kompetenzen auch aus fachnahen Gebieten und natürlich dazu gehört auch die Technologie, einsetzen muss, steuern muss, um das Museum letztendlich ins 21. Jahrhundert zu transportieren. Das Museum der Zukunft muss ein multimediales Museum sein. Einmal vor Ort Dinge zum Anfassen eventuell, Dinge zum Nachschlagen, die Archive sollten offen sein und die Nutzung eventuell digitaler Archive. Ein Museum stelle ich mir in der Zukunft als sehr interaktiven Ort vor. Ein Ort, der sich ein bisschen aus seinem starren bisherigen Bild löst und mit Besuchern sehr offen kommuniziert, sei es jetzt über Social-Media-Kanäle als auch über die Vermittlungsarbeit, um eben auch junge Menschen zu erreichen. Es ist für mich eigentlich wie das Museum der Gegenwart, bloß dass es sich in den digitalen Raum erweitert. Das heißt, dass es neue Spielräume aufmacht, in denen das Publikum letzten Endes auch den Themen, den Exponaten, dem Wissen der entsprechenden Institutionen begegnen kann. Das Museum der Zukunft ist das Museum der Vergangenheit, weil unser Produkt ist die Vergangenheit und die Authentizität. Und die Digitalisierung führt nur dazu, dass immer mehr an Realität und an Wirklichkeit verloren geht. Und wir sind der letzte Reliktraum, wo man Originalität unmittelbar erfahren kann. Natürlich sperren wir uns nicht der Digitalisierung, das ist für uns aber nur ein Mittel und niemals ein Ersatz. Darum halte ich zum Beispiel nichts von begehbaren Museen. Da muss man schon selber sich mit der Vergangenheit und der Realität auseinandersetzen. Digitales Museum oder museale Digitalisierung? Der Museumsfachverband Sachsen-Anhalt tagt an der Hochschule Harz und diskutiert über das aktuelle Problem. Christian Reinbuth, der begleitet dieses Projekt schon seit sehr vielen Jahren. Das hat mal, ich habe schon versucht zu recherchieren, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber vor sehr vielen Jahren seinen Ausgang hier in Wernigerode genommen. Da war ich mit meiner Arbeitsgruppe, in der auch der jetzige Staatssekretär Dr. Schellenberger zugegen war, waren wir zu einem Arbeitsgespräch in Wernigerode, auch im Harz-Museum, und haben da mit Frau Kopsievers zusammen diese Thematik Digitalisierung etwas angestoßen. Es ist ein durchaus schwieriges Problem, wenn man sich überlegt, wenn man jetzt beispielsweise an das viktorianische England denkt, dann hat man eine sehr genaue Vorstellung davon, wie der Alltag auch ganz einfacher Leute aussah. Man kennt die Spiele, man kennt die Bücher, man kennt die Daggerotypien. Heutzutage ist alles digital, wenn ich an die Museen denke, die wir hier im Umfeld haben. Zum Beispiel gibt es ein sehr schönes Dorfmuseum in Sielstedt und da kann man noch von den letzten 50 Jahren die Klassenfotos und, und, und bewundern. Das gibt es heute in dieser Form nicht. Alles oder fast alles wird in irgendeiner Form digital konsumiert. Und die spannende Frage ist natürlich, was ist davon in 50 Jahren und in 100 Jahren noch da? Und kann man sich denn von der ganzen digitalen Kommunikation, von den E-Mails, von den Spielen, die wir auf dem Tablet haben, also von unserem ganzen digitalen Alltag, von den sozialen Netzwerken, kann man sich davon in 50 Jahren noch ein realistisches Bild machen? Oder wird unser heutiger Alltag, im Gegensatz, sagen wir mal, zum viktorianischen Alltag oder zum dörflichen Alltag von vor 40 Jahren, wird der sozusagen verschwinden und nur zu ganz geringen Bruchstücken noch nachvollziehbar sein? Ich denke, das ist eine sehr spannende Frage, wie man heute mit Medien umgeht, wie man mit Daten umgeht. Und man weiß ja, die Leute möchten immer weniger lesen, möchten schnell informiert sein. Und das geschickt in den Griff zu kriegen, das ist die spannende Herausforderung der Zeit. Und wenn ich gerade selber überlege, ich habe gerade im Auto jetzt nochmal recherchiert und habe mit dem Netz ganz schnell ganz viele Informationen zusammengekriegt. Das hätte man früher nie geschafft, heute geht es, aber man muss auch damit umgehen können. Und das ist die spannende Frage. Gehen alle Museumsbesucher jetzt nur noch ins Internet? Oder wie können sie wieder ins reale Museum gelockt werden? Es sollte versucht werden, auch außerhalb des Netzes mit ihnen in Kontakt zu treten. Leere Schaufenster in Aschersleben werden zum Beispiel zeigen, welche interessanten Fundstücke und Geschichten es in der musealen Ausstellung zu sehen gibt. Außerdem gehen Museumspädagogen mit einem Koffer voller Schätze in die Schulen, um die Neugier zu wecken. Und das alles ist nicht digital, sondern direkt zum Anfassen. Dann fallen mir in den 거는en. Alle wissen, also hinter undiroben sind im innen Donneryot. Dann machen die Uhr. « Die Uhr stellen den Returnen. Dann gehen wir auf, wo genau die reignнозufeier�anga imagem und wie man kann кто就 VII Agony bettet werden.